Musik Schau mal, hier wäre es doch schön. Ja, ich halte mal an. Kinder, aussteigen, wir sind da. Juhu, endlich! Können wir gleich den Pool aufbauen? Natürlich, ich bin schon dabei. Nur noch die Rutsche befestigen. Und jetzt noch das Wasser einlaufen lassen. Ja, plitsch, 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 plitsch! Komm, wir ziehen uns um. Ja, schnell, dann können wir gleich baden. Die Kinder haben richtig Spaß. Das wird bestimmt ein schönes Wochenende. Achtung, ich rutsche, hui! Jetzt bin ich dran, hui! Das macht Spaß. Ich habe schon Hunger, wollen wir etwas essen? Ja gut, ich habe auch Hunger. Wir haben Marshmallows zum Grillen dabei. Oh ja, lecker! Campen macht echt Spaß. Morgen können wir ja vielleicht auch in dem See baden. Oh ja, das wäre toll. Ich habe eine Überraschung für euch. Schaut mal aus dem Fenster. Toll! Juhu, wir fahren Boot! Geht schnell ins Bad und dann machen wir einen Ausflug mit dem Boot. Ja, schnell, Zähne putzen! Da seid ihr ja endlich. Kinder, ihr dürft auf das Einhorn. Cool! Gut festhalten, es geht los! Wir sind da! Wir sind da! Wow, was für eine schöne Insel. Wir grillen hier. Ich habe schon alles vorbereitet. Toll! Komm an Land! Ist das schön hier. So muss Urlaub sein. Wir könnten auch in die Hängematte liegen. Gute Idee. Das Essen ist gleich fertig. Hm, sieht das lecker aus. Ich habe auch schon richtig Hunger. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Schade, dass wir schon wieder abfahren müssen. Aber Bootfahren macht dir Spaß. Ja, juhu! Das war ein schöner Ausflug. Ja, jetzt können wir den restlichen Tag noch hier genießen. Schau mal, was ich gefunden habe. Ein Seestern. Und eine Muschel. Wie schön! Ich gehe jetzt ein bisschen surfen. Ja, dann viel Spaß. Danke. Ah, Hilfe! Oh nein! Mein Fuß! Ken! Er hört mich nicht. Ah, Ken! Mein Fuß! Tut so weh! Ja, er ist auch ganz rot und schwillt an. Was ist passiert? Ich bin gestürzt. Oh je! Wir müssen den Fuß kühlen. Ah, das tut gut. Hoffentlich ist er nicht gebrochen. Oh je! Ich rufe besser einen Arzt. Hallo? Ja, ich komme sofort vorbei. Da kommt der Rettungswagen. Hallo! Hallo! Dann schaue ich mir Ihren Fuß mal an. Tut das weh? Ah, ja. Das muss ich genauer untersuchen. Bitte kommen Sie mit zum Wagen. Ich gebe Ihnen gleich eine Spritze gegen die Schmerzen. Und jetzt machen wir ein Röntgenbild von Ihrem Fuß. Dann können wir sehen, ob er gebrochen ist. Ich lege Ihnen eine Bleischürze um. Er ist nicht gebrochen, zum Glück. Aber Sie haben einen Bänderriss. Ich mache Ihnen einen Verband. Sie sollten den Fuß vorerst nicht belasten. Benutzen Sie deshalb die Gehstützen. Das wird schon wieder, aber es braucht Zeit. Vielen Dank! Gerne! Hm, das war's jetzt erstmal mit Surfen. Nach diesem Schreck können wir jetzt wohl alle einen leckeren Kuchen gebrauchen. Hm! Oh ja! Vielen Dank! Das ist lieb! Man kann den Urlaub ja auch von der Hängematte aus genießen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und schaut auch gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Oder sucht euch gleich hier ein Video aus. Bis hoffentlich bald. Tschüss! 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 Vielen Dank.